auf geht zu einer neuen runde runde mit hunde geradeaus da reiner und dann noch mehr ich hoffe jawohl das hat aber gedauert einmal daneben geschossen einmalig richtig getroffen dann hat der zombie sich einmal bewegt ja war reißen im mord klar oder auch in den dingsbums da vorsicht er kommt diesmal war ich vorbereitet dann ist ja schon das nächste ich auch schon mal hin ich glaube hier mal ein bisschen durch die rein und gucken ob ich noch ein zombie killen kann aber es gibt mehr als genug gerade unten so mal das zweite schon gelöst war das doch super hier ist munition so wollen wir dann gleich hier weiter ja kann man machen und ich kümmern mir geradeaus ja so kleinen fall schaden der ist jetzt nicht ganz so schlimm sage ich mal ja ganz gut reagiert das ist ein dicker ne warte mal erstmal mal die zombies platt hier vorsichtig sein viecher kommen das ist eine bombe solch eine wer du wirst jetzt kommt ja wohl das war auch sehr gut das war auch die große medizin bombe aber ich sehe schon wieder nichts weil ich total grün bin auch hier gibt es auch munition war gut jo prima dann können wir den hinweis gleich aufdecken super gerade mal ja den dicken mal fertig machen gehen jo auf jeden fall nach in diesem sägewerk wieder könnte sogar sein dass da schon welche sind auf jeden fall bin ich schön leise dabei ja ich auch wo ist das hingleich umgeschossen ja bei dem hilft auch jetzt schon ja ich dachte ich habe gesehen das sind nur schatten ja ist einem zu hause ich habe das auch ab und zu dann kommt da man zum milan gelaufen dann denke ich mal gleich so du bist schon drin ja ja okay oh alter was war das ich habe geschossen bei irgendwas ist auch explodiert hier okay ja irgendwie hat sie ihm gewonnen aber ich dachte dass er das war irgendwie einmal habe ich ihn ja auf jeden fall angekokelt oder hat entzündet mit dieser haftbombe habe ich ihm eine verpasst so ich mache ich mal schnell kaputt ja hier ist auch munition alter das schlägt ja nochmal nachher ist ja ein pfeifer pfeifenkorb jetzt habe ich aber einen verbrannten balken und wo ist auch eine mutti ist noch mehr munition na gut und noch mehr ich gehe jetzt mal zu dem wo haben wir den überhaupt gekillt ach so habe ich den noch gar nicht verbannt ich blödmann hätte ich mal machen sollen ach dann kriege ich meinen balken wieder jawohl hat wer geschossen ja ich glaube ja von rechts irgendwo hier ja ist drin hier der ist drin ja hier komm mal ich wurde getötet ein habe ich ganz mehr oder nur einer ich habe nur eingesehen also ja also den ich hätte den um ein paar verpasst noch super so ein arsch ja wirklich leise muss man lassen also nicht schlecht alles schon geil wenn man zu zwei spielt auf jeden fall alleine wäre ich jetzt schon wieder komplett am arsch gewesen ja so wie er ja ich verbinde mich hier mal wo sind die reingekommen naja gut ist ja auch egal aber das ist ja auch hier wieder so ein riesen scheuntor ne ja aber hier hinter uns ist ja auch alles offen ich bleib mal hier in der ecke mhm falls jemand hier reinkommt hier rechts ist bei mir verschlossen ich bleib hier in dieser ecke ja da hat er sich fett reingeschlichen aber sowas von und war der meinung er müsste mich nur anpiksen nee 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 den könnte man ja auch mal plündern aber ich glaube das macht man dann besser hinterher oder ich habe es schon gemacht achso das wird draußen wieder geballert mhm na verwandlung ist aber auch schon ganz gut am point mhm jetzt schon bei gleich bei 70 ach von da oben kann man auch reinkommen theoretisch oder ja von überall kann man hier reinkommen das ist echt blöd alter das ja tag der offenen tür ja und ganz viele einladungen wurden verschickt mhm genau das ist also ganz früher wie die ersten facebook einladungen die falsch gelaufen sind wo dann auf einmal die ganze straße mit gefeiert hat oder so und die polizei anrücken musste oh schön weil ein 14 jähriges mädel irgendwie die einladung falsch gesetzt hat bei facebook oh da läuft jemand oder ja ich habe bis jetzt noch nichts gehört oh das naja raus ist auch recht weit ok jetzt hätte ich das gefühl es würde einer am dach irgendwie rumlaufen aber ja ja so ich hole mal sammeln mal ein alter was war denn das für ein gefeil für jemand irgendwer bohrt hier ach so ok ich dachte eben das wäre im spiel oder oh ja vor uns ja mhm äh ich habe auf e gedrückt da waren die vor uns da ist keiner also wenn ich hier e drücke dann sind zwei stück vor uns echt einmal hier und einmal ist hier äh sind ja diese orangenen dinger die dann auftauchen genau so na gut was machen wir denn dann können wir ja nicht hinten äh oder da wo du bist äh kann man da nicht irgendwie seitlich raus aber ich glaube der ist jetzt wirklich da lang also da und wo jetzt auch keine sicht mehr ich habe meine verbraucht ja bei dir der ist noch hier vor der tür so auf ich wage es mal der müsste jetzt ja hier irgendwo sein dann ja dann muss uns mal abhauen mhm ach da scheiße wir laufen auch voll in die falsche richtung aber egal dann macht nichts rennen wir einmal rum oh scheiße ich bin getroffen der ist da oben oh jetzt hat mich noch einer angezündet oh ich komme hier nicht weg scheiße oh jetzt hat er mich platt gemacht kacke so einen habe ich ja der war äh auf dem baumstamm ne da genau ja ja der hat mich auch beballert da und dann war kam eine hinter mir hat mich angezündet das war ja oh ich werde geschossen oh ne ne scheiße ich wurde auch schon wieder angeschossen ja ok das ja du bist jetzt ganz tot dann hole ich mal ab ja würde ich auch sagen renn ruhig raus den einen würde ich noch gerne erwischen mhm der ist ja gar nicht mehr da oben ach da ist er scheiße verfehlt ach so wenn ich ähm ganz tot bin dann siehst du diesen totenkopf nicht mehr am boden ne genau alles klar ach scheiße es ist ja völlig die falsche Richtung na egal genau gehen wir mal da lang auf jeden Fall rausrennen das ist schon mal gut oder es probieren ja genau oh Gott das ist ja scheiße ja mit der Trophänerhand der ist man echt der Gejagter ne ja wenn sie dich sehen überall blitzt es oh der hört sich immer an als wenn er es total der große miese Gegner wäre ne dabei ist er so leicht zu messern ich würde auch sagen lauf weg weil wenn du jetzt irgendwo stoppst irgendwie dann kommen die hinterher ja mal gucken wie weit der hinterher rennt mhm ja die haben deine jetzt wahrscheinlich auch ich spiele nicht mehr dafür habe ich mir den Arsch aufgerissen nee 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 ii ja ich bin gleich raus dann geht es weiter mhm aber geil du hast alle Balken 11 das feiere ich immer ja noch ja mhm ja aber müsste ja wenn schon einer kommen der dich jetzt abrutzelt oder so ne ja oder halt ganz abmorgst no das wird nicht passieren du wirst wie Rambo hier aus dem Level laufen mal schauen ja mal gut dass ah mal gut dass man sich hier nicht das Bein brechen kann ich hoffe du bist am Laufen fällt es dann über so ein Ast und dann Arschkarte ja das wäre ungünstig das wäre wirklich blöd mhm oh schöne Aussicht hast du da auf jeden Fall da lang da könnte man jetzt schön Angel reinwerfen oh ein paar Zelte aufbauen ja das stimmt na gut yes wenigstens einer überlebt das ist doch sehr geil okay 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 Vielen Dank.